hallo ich bin der gamob und wie der titel des videos andeutet gibt es diese woche keine videos ich bin einfach zeitdänisch nicht dazugekommen denn nach meinem urlaub ist einiges anderes zeug angefallen das zuerst erledigt werden musste und manchmal geht es real life halt vor ich wünsche trotzdem ein noch ein schönes wochenende